Ich will ja nicht unken, aber wenn Alice nicht weiß, wie man einen Monster Truck baut, kommen wir da nicht durch. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Left 4 Dead 2 mit VerGothic. Das ist nicht witzig, ne? Spielzeug. Guck mal da. Hey. Ich würde mir Gedanken machen, wie du das als Spielzeug bezeichnet hast. Ja, das sieht aus. Hallo, das ist mit Karl Windern festgemacht. Das ist ein Spielzeug. Boah, bist du hinter dir? Haben wir. Und ein Boomer. Und ein Boomer. Jaja! Wo? Auf dem Auto, hinter uns! Ich bin jetzt auf! Bordig! Sehr schön! Lade nach! Die Ausfahrt runter! Lade nach! 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 Nee, du gehst nicht, wenn taunt vor. Lade nach! Verlässt du nicht, neue Munition zu nehmen? Lade nach! Lade nach! Nicht mehr dauerhaft! Aua, 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 aua! Achtung! Aufpack! Ich hab diesen Gliverscheiß abgekriegt! Lade nach! Nachladen! Lade nach! 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 Ja, guck, weiter verschönern! Die keine Munition! Muss laden! Oh, nein! Komm hier rein, komm hier rein! Komm hier rein! Komm hier rein! Kötere zu! Ja, Moment! Ja, Moment! Das ging jetzt aber echt fix! Ja, 28% So, dann heil ich mich erst mal. Das wird sehr knapp. Oh, leck mich. Es war echt knapp. Ich hätte noch ein HP, hatte ich noch. Dann ist der Zombie hinter mir angekommen. Der ist entweder unter uns oder in einem Haus hier. Schau dir mal die Kotzbombe hier. Ab ihn. Hier da. Oh, Gott sei. Der ist was Besonderes bei ihm. Hier sind Pillen drin, ne, bei mir? Pillen. Pillen. Drogen. Lade nach. Nichts, ganz. Hier den Defibrillator ganz mal mitnehmen. Hey, Moment, bin halt bei ihr. Nein, du bist nicht drin. Ja, Smoker, Smoker. Ich habe jetzt den Motor aufgenommen. Magst du den, die Boomer-Kotze nehmen? Ja, die Boomer-Kotze kommen wir dann werfen. Komm mir rein. Ah, shit. Wir haben es heute. Wir wollen mich heute unbedingt haben. Wir wollen mich heute mitnehmen. Wir wollen mich heute mitnehmen. Lass den Scheiß jetzt. Sehen so richtig auf mich. Lade nach. Hier, ne, ne, ich spiele hier mit. Hm? Lade nach. Lade nach. Ja, komm doch mal zu mir. Ja, bin schon auf dem Weg. Elektros, Vorsicht. Lade. Lade nach. Jeder nimmt sich Brandmunition. Brandmunition. Hier schläft es uns leicht. Ja. Hoah. Laden nach. Laden nach. Und dann nimmst. Hier, runter. Smoker, Smoker. Schöpfer. Skitter. Lade. Ich verarzt mich mal lieber, weil es könnte gleich ein Crane kommen. Ja. Vorsicht, der Gully sieht tief aus. Oh, Laservisierer. Nett. Nehmen Schuss. Diese Abkürzung wollten wohl noch andere nehmen. Ach so, wir sind halt der Alarm. Ja. Scheiße. Warte doch auf mich, warte mal rein. Halt, halt. Wir sind Tabletten. Hunter. Mach nach oben. Charger. Charger. Ja, das ist manchmal echt lustig. Die Bots, die schießen schon aus. Lade nach. Aus 10 Kilometer Entfernung schießen schon auf die Bots, auf die Charger und so was alles. Recht lang. Schuss. Dang. Wo ist der? Wo ist der? Ja vorne hinter dem Stein. Ich schmeiß den Molly. Oh, Scheiße. Ach so. Schuss. Achss. Crepier du scheiß Zombie. Hallo, es bewegt ein Arsch! Was sind wir jetzt? Ach, da ist er! Danke! Da ist er! Hebe dich gleich wieder auf! Nein, ich bin am Leben, ich habe mir das Antronalino rechtzeitig reingehauen, sonst hätte mich der Stein runtergezogen. Passt auf! Das wäre gut! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Wasch mal deine Pillen ein. Ah, wäre eine Idee. Ich würde dir da munter machen. Super! Ja, so ein paar Drogen Ich habe Kummer und Sorgen Meinst du? Ja Du machen Alles klar Jetzt kommt irgendwie alles Sie haben es echt auf mich abgesehen Also nicht nur auf dich Gefühlt schon nur auf mich Schießt jetzt nicht das Auto da vorne an Ein Ebi muss ja Muni sein Also hier ist gleich durch Lade! Oh scheiße, voll weg! Lade! Ich fass es einfach nicht Muss laden! Im Hänger ist ein Schutzraum Ich bin safe Okay Okay, ich schaff das Waffen Ich schaff das Los rein! Ich schaff das Ich schaff das